Musik 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 Ich würde dich an eine Feuerwehr rüberschicken, aber... Hast keine, ich weiß Ich baue gleich eine Mit So ein bisschen mehr Ich habe meine Feuerwehr auch vollkommen ausgebaut Ja, so schnell kann es gehen Musik Musik Was sagen Entschiedler Musik 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 In der Zeit sollte ich meine weitere Bushaltestellen beziehungsweise Schulbushaltestellen. Durch den hohen Bedarf der Industrie. Untertitelung des ZDF, 2020 So, da hinten kann ich mir was abruppen. So hohe Steuer. Ich muss ja irgendwie mein Geld verdienen. Naja. Jetzt kann ich Feuerwehr bauen, hab genug Kohle zusammen. Ich bin dabei mal am Abreißen bis zum Umfall. So. 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 So, wieder kein Geld mehr! Pfff, geht schnell, ne? Okay, Katastrophe beendet Ja, von GameStar habe ich mir das Review angeguckt, dass da dieser, wie heißt denn das? Wenn du wegen der Müllabfuhr und so dieses Monster, Alter, habe ich auch da zum ersten Mal erst gesehen Ja, das habe ich da zum ersten Mal mitbekommen, dass es da durchkommt Oh, ich kann eine allgemeine Hochschule bauen Hammer, cool So, erstmal hier noch mein Gebäude abreißen Ich glaube, ich baue bei mir keine Schule Vielleicht, wenn du es hast Aha, witzig Ne, was denn? Das ist unnötig Platzverbrauch Unnötig Platzverbrauch Ich habe hier schon so wenig Platz So, so wenig Hammergeil Ne, das ist zu wenig, wann? Ja, ja Ich habe schon fast die Hälfte belegt hier, ja? Ja, ich habe schon über drei Viertel belegt Und das ist nur an Häusern? Ja Ja Den ganzen anderen Schmarrn Andern Schmarrn So, erstmal hier die Straßen updaten So, erstmal hier die Straßen updaten Ich, ich lasse trotzdem mal eine Feuerwehr unter deinem Kommando So, deine Arbeiter kommen immer noch zu mir, deine Shopper auch Okay Müllabfuhr, sieht's da gut aus Apropos Müllabfuhr, ich muss langsam mal hier so ein Verbrennungsding bauen Ja, also ich komme hin, lernen sie bei dir auch alle Mülltonnen? Hä? Äh, ja Okay Was ist die Hauptzahl? Ja, alles im grünen Bereich Das freut mich zu hören Boah, jetzt ja auch nicht mehr vor Eingang 25.000, Alter Bürgermeisterhaus So, und stell das Bürgermeisterhaus mit hier Wenn du eine Sache gebaut hast für die Polizisten-Männer, kannst du ja mal den Wagen rüberschicken oder so? Ja, das ist jetzt das Nächste was ich mache. Für die Polizisten-Männer. Weil die sind ja jetzt hier alle am Beruhigen schon. Das ist dir jetzt erst aufgefallen, dass ich das gesagt habe, die Polizisten-Männer, ja? Da störe ich deine Wache denn. Die Polizisten-Männer sind wichtig für eine Stadt. Ich weiß. So, baue ich mal eine Wache. Erstaunlich! Das ist... Erstaunlich! Das erste Mal, dass null Tote sind bei mir. Sonst kribrieren die immer alle... dermaßen. So. So, jetzt habe ich Polizei gebaut. Dann schicke ich dir mal... Drei Fahrzeuge. Drei Fahrzeuge. Langsame Feuerwehr. Ja logisch, weil sie bei dir auch doch ist. Zumindest eins. Dann ziehe ich meine Feuerwehr komplett zurück, außer wenn du sie brauchst, dann schicke ich dir wieder welche. Naja, ich... Die ist eh fast ausgebaut, also ich brauch jetzt nur noch zwei so einen Leganus ausgebaut. Bei Garagen. Okay. Trotzdem, ich muss bei mir nochmal eine Feuerwehr irgendwo hinstellen. Da oben, alles noch in grünen Bereiche? Naja, fast. Gut, langsam ein bisschen weniger. Jetzt probisk DU hier noch... Jetzt brauchst du noch so ein dingje... ... dicker Pia. Hier kommt ein bisschen weniger. ich kenne ich keine Bimmel bauen die kosten 3.000 was kostet 3.000 hier bei der Feuerwehr so eine Bimmel die du aufs Dach stellen kannst kostet die 3.000? ja, ja, minus 25 nach Stunde minus 25 75 oder warum? ich nicht ach, verstehe ich auch nicht jetzt habe ich 8 Feuerwehrfahrzeuge, das dürfte ja wohl reichen für meine Stadt 11.000 Einwohner, 11.088, aber geil ich habe 7.000 ja, machst du nix Feuer in der Stadt, ja, soll doch die Feuerwehr ausrücken, wo ist das Problem? ich habe 8 Fahrzeuge für die Feuerwehr ja, anscheinend zu wenig, wa? ja, anscheinend schon ich habe 0 pro Tag Verbrechen finde ich toll ja, bei mir 5 pro Tag ja, ich kann dir mal noch ein Fahrzeug schicken ja, ich mache jetzt, ich hole jetzt eben schnell jetzt noch hier so Verbrennungs-Dings für meine Müll-Dings und meine Müllhalde ach, dann kann ich meine Müll-Affur auch zurückziehen, oder was? ja, kannst du auch machen aber geil ich lasse trotzdem eine bei dir abgestellt krankenwagen, kommst du selber zurecht, ja? ja da kann ich dir nicht helfen da habe ich selber Probleme ja, das, das merkt man, ne? ich habe zwar 0 Tote pro Tag, aber 9 von 20 pro Tag verletzten Sims, die behandelt werden und 23 von 33 pro Tag versorgten ne doch versorgten kranken Sims das ist der Wahnsinn wo ist eigentlich wo war ich eigentlich meine kranken und wo war ich eigentlich meine kranken ich habe meine Klinik hingestellt, ich sehe die gerade gar nicht Indy äh, die siehst du, die siehst du dann, wenn du spätestens wenn die Gesundheit aufmachst da, wo es am grünsten ist, da ist die Klinik ist sogar angezeigt so ach, hier ja, aha Zufriedenheit, Bevölkerungskarte ok, Zufriedenheit Patienten in Behandlung Wurzeln na, sehr interessant Gebäudedichte ist ok Badezimmer sind lol Wohngebiet, bla was ist das? Gewerbegebiet, Industrie Grundstückspreise so, was will ich denn jetzt hier? wir wollen ne Party machen ja, mach doch ja, da kommt Müll, ist mir egal mach doch du kriegst richtig viel Geld für Müllkarte ist in Ordnung, Brandrisiko oh ja, ok dann kann ich hier jetzt hier nochmal Wagen in Zufriedenheit ab, was ist das für ein Problem ich hab übrigens schon eine Versorgungsabteilung gebaut ne du musst, du musst, äh, die Abteilungen, das reicht, wenn du einmal pro Region baust das find ich toll das find ich toll ja oh, jetzt möchte der auch hier ne Party schmeißen Müll, Belohnung 25.000, er gibt her mit dem Geld immer her damit ja, das, das, das kann man mal ganz gut gebrauchen ja aber ich kann hier ein, Alter, ich kann hier acht Häuser abreißen alle ab, weil zu hohe Steuern sind ich hab meine Steuern mittlerweile bei Industrie auf 11, Gewerbe auf 10 und, äh, wohnen auf 9 ja, ich muss das gleich auch nochmal umstellen ja, ich hab jetzt hier, ähm, also Häuser 12, also ich hab alles auf 12 gerade, deswegen ok lol, schickst du mir Müllabfuhr? ey, eigentlich nicht warum ist dann ein Müllabfuhr bei, von mir bei dir? äh, umgekehrt von dir bei mir? ich doch nicht, also ja, es ist aber so Alter, ein, ein, eigentlich nicht ja, eigentlich nicht, ist aber so ok alles überstanden oh, dir fehlt wieder Geld? ne weil, mir bist du war rot hinterlegt, du brauchst Simoleons älter, ich hab 47.000 LOL, bei mir hast du 9000 Du bist bei mir aber auch Rohn hinterlegt, du brauchst auch Geld Ich hab 33.000 Bei mir hast du 4000 Ich besuch dich einfach mal Hammergeil Ach ja, das Spiel Das ist noch nicht so ganz fertig Man merkt ja Das ist sehr interessant, ich hab 50.000 Ich hab Geldprobleme Seine Stadt ist aber noch klein Ja, verdient aber 5.560 Ja, was?